Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zurück hier bei KOROS. So, wir sind stehen geblieben, als wir die Piraten, Piraten sag ich schon, Leute, ähm, die Leute der Enklave, hier unsere Freunde, zurück begleitet haben. Okay, Story-Mission wäre da jetzt auch wieder weiter am Start. Lassen wir jetzt aber noch. Ich möchte noch ein paar Nehmissons machen, ein bisschen upgraden, ein bisschen was von der Welt sehen. Ihr kennt das. So, Piraten-Miliz, das, äh, kann nicht verfolgt werden, ja. Okay, kann auch nicht verfolgt werden. Ich bin anscheinend hier wieder in irgendwas drin. Wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf hab. Gut, komm, wir fliegen mal dahin. Versteck das Popa-Clans. Ich glaub, das war auch der Plan beim letzten Mal. Jetzt muss ich das doch irgendwie aktivieren können, oder? Du bist derzeit auf einer Mission, du musst die aktuelle Mission abschließen oder abbrechen, bevor du eine andere Mission verfolgen kannst. So, Gott. Okay, dann machen wir halt die Mission zu Ende. Mann, Mann, Mann. So, Reese, was hast du denn? Was ist denn los? Retten reicht nicht, oder was? Das Schiff zeigt eine Fake-Enclave-ID. Es ist ein Circles-Ship. Eine Trappe. Nein, ich glaube, ich vertraue Rie. So, jetzt muss ich wieder eine Erinnerung machen. Na gut. Dann halt mit dem Informanten. Es ist Nara. Es ist Nara. Ich habe es. Es ist Nara. Es ist Nara. Und die Schiff. Es ist Nara. Die Riefer sind wahr. Die Riefer sind wahr. Sie sind in der Zwischenzeit. Nara ist Nara. Nicht in der Zwischenzeit. Sie kamen für Informationen. Ich habe gehört, dass der Großbrief Kommandte die Sage zu fortieren. Das ist Nara. Sie schützt ihn hier. Und schnell. Und schnell. Ihr Fehler zu nennen das, Wies coeur auf die Sage reputieren. Und ich weiß wie ihn ihn weiterleicht. Und ich weiß wie ihn weiterleicht. Denken wir ihn noch mehr. Und das sogar noch mehr. Ich verzeige diese Koordinaten. Also schluss sie. Es ist Nara. Sie verdient es. Ich werde. Ich werde. Nara. Warum gibt's mir nicht vielleicht noch ein paar mehr Punkte? Okay, geht direkt schon wieder los. Ach man. Verstöre die Schublüsie. Hey, nicht mehr ein Schild kaputt machen. Schau. 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 Jetzt können wir ihn hin, wo es am meisten ist. Mein Streich wird mich stehrein. Schau. Ich gehe. Schau. 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 Noch irgendwas? Ganz schön eng hier drinnen Die haben doch ein Schutzschild, wie soll ich denn da durchkommen? Mit dem Schildblazer vielleicht? Impact! Gucken wir was hier unten noch ist Ah, Schildgeneratoren oder was? Aua, 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 nein Hör auf damit, bitte Hör doch auf Ok Ja, alles cool? Gut So, da müsste ich ja jetzt auch den Rest hier noch kaputt machen können Na, das Kleid ist für mich Geht so aus So, wo hast du denn jetzt hier noch was? Gehen wir Hallöchen Ich glaube du bist der Letzte Oh, es soll hier vielleicht rauskommen Junge Ich habe seine Route zurück in den Najara-Citadel Gibt es mehr Patrollen rund um dieses Interstellar-Jumpgate? Nur kleine Vesseln Ich habe die Patroll-Routes gefunden in ihren Loggen Schau sie zu Rhee Es wird helfen, dass unsere Strecke auf sie planen wird Affirmativ Ok, cool Cool, cool Einfach mal ein Upgrade gekriegt Ok, äh, 19 Kilometer Ach, warte, 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 stopp Das war jetzt die Hauptversion Erstmal gucken, ob ich das jetzt einbauen kann So Deflektor Was kann denn das Ding hier? Ähm, Kristallreaktor Ein Ritual eingesetzt Der anstrengte Naja Raubt ihr ihre innere Kraft Doch irgendwann wurde ein seltenes Artefakt entdeckt Und in einen Mod integriert Durch die Naja sich schnell erholt Und ihre Rituale im Kampf früher wieder einsetzen kann Ok, das heißt ich kann, äh Ritualverstärker 7% pro Energie Segment Nachdem Nara 3 Feinde getötet hat Verfällt sie in eine Trance Und kann 10 Sekunden lang alle ihre Kräfte einsetzen Ohne Energie zu verbrauchen Ok, ja, so oft nutze ich das jetzt nicht Geht also noch Zielverfolgungsalgorithmus, ok Jetzt fahren wir auf Platz 2 Kreisstabilisator Und hier war Zielverfolgung, genau Ja, ne, das bleibt erstmal so Was haben wir hier gekriegt? Was gerüstet? Was ist das? Ältester Skin-Paket Forsaken Skin RD 26AC Fixer Achso, das war die Drohne, ne? Ältester Skin Ok Kann ich nicht wieder zurück wechseln? Oh, ist jetzt blöd Nehmen wir einfach mal Was haben wir hier? Nix Nix Gatling Haben wir vielleicht schon wieder was Neues Ältesten Teilen Ok Ok, aber ist schlechter Nö Laser Auch schlechter Raketen Ältesten Javelin Macht keinen Unterschied, oder? Na, dann Nehmen wir sie Ok Macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied Gut, gut Dann können wir uns jetzt doch mal um das Piraten-Nebemission kümmern Um die Piraten-Nebemission Die ist auch schon gemakert Blitzfeld können wir wahrscheinlich immer noch nicht machen Und Widerstandskonvoi Notruf Das machen wir auch noch Stage Rim, Stage Central Stage Central Stage Central Wir sind glaube ich gerade im Stage Rim Warte, machen wir schnell nach den Ok Ok, doch nicht 41 Kilometer ist mir zu weit Äh Piraten-Mitzen 26 Das geht doch Auf geht's Ein bisschen scannen Tut nicht weh Ja, kann ich eigentlich auch mein Money sehen? Ja 7600 Ich guck mal von demnächst mal wieder ein paar fette Upgrades kriegen Das wär cool Was, jetzt hier, oder was? Ach da Ja, ok, ich werd schon wieder abgelenkt Schnell die Kotisten fertig machen Hoffentlich fällt da auch wieder ordentlich was für ab Jetzt brauchst du auch nicht mehr schreien Hättest dir vorher überlegen müssen Komm Verdammt, da Mist Ok Der Letzte Körmeleiter Ok Gibt's hier noch was? Wollen wir hier noch Aufgabe entdeckt Gibt's erstmal noch ne Wiederholung Please, Gaia You know us We've lived here for 10 years I promise We won't be any trouble It's Acolyte, Gaia Not to you And after I'm done It won't be a problem for anyone You should have listened Ok, sonst ist hier aber erstmal nichts weiter Okay, sonst ist hier aber erstmal nichts weiter Geheimes Treffen des Zirkels belauschen Logisch Alright, stay here I'll find out more It's not surprising the cult would reach out Yes, I marked the cult ships Ah, schon wieder Sublicht auf Ist doch doof Jetzt hätte ich ruhig noch Sublicht spritzen können I retrieved one from a raven But I do not resemble that ship class Then let's keep out of viewing distance Just close enough to listen Intercepting and decoding their communication Listen in Why? Why? You killed every single one of them We are thorough And I said we needed all to join Apparently you weren't as convincing as you claimed to be It's just The chief was always so stubborn He wouldn't listen And you? Are you listening? I asked you a question When will you ship your weapons to your queen? This Camorra Signal lost Switching channels I found one Listening in now It's done The weapon shipment just left We ship them to the gathering place Just as you asked I understand But her clan is already so strong And Camorra? These powers are terrifying They're a sacred gift Okay But why did I have to move the weapons when she Hör? Hör nur weil ich einmal umgedreht bin weil ich dachte der Balken unten links ist die Entfernungsanzeige Forsa, do you have the current Cult Signature Codes? Gans schien pingelig spiele Aber ich denke nicht an diesem Schiff, Glasse. Dann bleiben wir von der Begründung. Nur kurz genug zu hören. Interceptieren und decodieren ihre Kommunikation. Listen in. Warum? Warum? Du hast alle von ihnen killed. Wir sind thorough. Und ich sagte, wir brauchen alle zu uns. Wahrscheinlich, du warst nicht so überzeugt, wie du glaubst. Es ist nur... Der Chef war immer so stolz, dass er nicht hörte. Und du? Du bist... Was? Ich fragte dich eine Frage. Wenn du deine Weapons verwendest? Diese Kamorra verwendest? Signal lost. Switching channels. Ich habe einen. Jetzt. Es ist fertig. Die Weapons verwendest. Die Weapons verwendest. Wir haben sie zum Gatheringplatz. Wie du fragst. Ich verstehe. Aber sie Klan ist schon so stark. Und Kimura? Diese Macht sind schrecklich. Sie sind ein Heiliger Gift. Okay. Aber warum muss ich die Weapons, wenn sie sie nicht brauchen? Wir sind. Wir sind. Was für Assis. Was für Assis. Was für Assis. Die Weapons verwendest. Die Weapons verwendest. Wir müssen die anderen warnen. zurück zu Karim. Ja. Machen wir. Kurz vorher gucken. Laser Verstärker. Was ist das jetzt wieder? Laser Verstärker. Mhm. Bei einer leiden 50% mehr Schaden, wenn sie von hinten angegriffen werden. Und. Hä? Was? Das wird Bock. Gatling kann nun. mit einem hervorragenden Kühlsystem versehen. wodurch sie vollautomatisch faulen können, ohne zu überhitzen. Ö. Okay. Äh. Kreisstabilisator. Das war erhöhter Gatling Schaden. Okay. Ja. ein bisschen weniger schaden mehr laser dps und keine überhitzung mehr von den get links geiler oder prüfe kann also doch noch überhissen naja naja die machen mir schaden gut wir versuchen es einfach wenn nicht dann switchen wir wieder zurück so zu kirim müssen wir wieder wer hätt's gedacht hallöchen es ist riesig, aber ich schreibe den chief Rage, um dich zu kontaktieren Ah, Scavenger Nara. So, you survived Clan Adder and the Cobra-Clan. May their honorable souls rest in peace. At least we... Na, kannst du gleich weiter reden? Müssen wir schon mal gucken, ob ich da schon mal... Okay, ist noch. Now, for that plan of yours. Killing a super-powered lunatic pirate queen. It's risky. You promised to fight for this. You're home. And I really want to. But Kimura became stronger. I'll kill her for you, if that's what it takes. Excellent. Then we'll meet at the gathering. A pirate's code of honor. Hollow words as old as mankind. How can you trust him? I trust that if we kill Kimura in his name, the circle will fight all his clans. Right. Cleansing this system of all heretics. Regardless of any prior allegiances. What can I say? Now we're still there. Go on. Da gucken wir, wieso ich den Marker vorher gehabt hätte, dann hätten wir schon nebenbei die Quatschen dahin fliegen. Naja. So. Stegas Central. Da hinten müssen wir hin. Uiuiuiuiui. Ja, dann. Do it. Hallöchen. Da bin ich wieder. So. Erstatt der Anführer Rage vom Viper Clan Bericht und erreicht die Asteroiden Anomalie. Gott, dieses Wort kann ich nie aussprechen. Okay. Nehm es in die Mission. Äh, wir hätten da vielleicht doch noch den Notruf machen sollen. Naja, egal. Wir sind jetzt Stegas Central. Stegas Central. Okay, der Rest ist in Stegas Rim. Okay, Asteroiden Anomalie. Da müssen wir jetzt kurz hin. Halt. Da ist was. Ich will es haben. Ne, bist du jetzt wieder weg? Ne, da bist du. Ich will es einfach haben. Was bist du? Ah, Predates. Naja, warum denn nicht? So, Scan, Scan, Scan. Gucken wir mal hier wieder, wo was ist. Hey, was wird denn hier, was wird hier umgeballert? Jetzt wollen sie uns tot. Ich werde dich protektieren. Was? Wen protekt dich? Die da? Ich komme. Hallo. Oh, nice. One Shot. Naja, passt. Ah. Okay. Scheiß drauf, Gatlinx. Du musst prevail. Für sie alle. Die Umgebung ist klar. Sie haben uns geholfen. Dieses kleine Gift ist für dich. Ja, nichts anderes habe ich erwartet, meine Freunde. Nichts anderes habe ich erwartet. Scan, Scan, Scan. Komm. Was da? Ich will es haben. Auch wieder gut versteckt da hin. Ja. Wieder ein paar Credits. Wollen wir das nächste? Nein. Boah. We shall crush them. Wie war das schnell noch? Hab ich das andere noch schnell eingesammelt? Anscheinend nicht. Oder? Oh. Verdammt, da Mist. Ne, 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 ne. Okay, dann lass uns da die Credits holen. Nö, ist jetzt verschwunden. Halt zu lange gebraucht. Oh Gott. Okay. Da unten war noch eins. Gut, wieder ein paar Credits gemacht. Sehr schön. Das belohnt mich sehr schön. Wir kriegen ja auch immer mehr denn. Je mehr wir davon einsammeln, desto prozentual mehr kriegen wir dann für die nächsten Male. Das ist gut. Ich kann mir ja mal kurz den Fortschritt angucken. Das war bei Beherrschung, ne? Äh. Driften, boosten, entschärfen. Weck das Ausweichen. Waghalsig. Ne. Zerstören. Sinn. Credits gesammelt, genau. Wir müssen noch 900 machen und dann gibt's wieder einen Bonus. Target located. Too slow. 31st. Okay. I'm slow. Found you first, okay? Hello. Was hast du da getrockt? 550, nice. Okay, das war aber auch wieder einfach nur so zwischendurch. Die Königin angreifen. Hm, das wird jetzt bestimmt auch interessant. Aber das sehen wir im nächsten Part. Ich danke euch wie immer recht herzlichst fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderhübschen Tag und wir sehen uns im nächsten Park. Vielen Dank, haut da rein.